Du musst lernen, deinen Instinkten zu vertrauen. Das ist kein Spiel. Das ist aber auch kein Krieg. Das ist aber immerhin ein bewaffneter Konflikt. Ich meine, wenn es ein richtiger Krieg wäre, müssten wir keinen Müll trennen, oder? Genau, genau. Das tun wir da wirklich. Deutschland! Wir trennen das alles und stellen es getrennt zum Erholungsbereich. Fuck! Fuck! Stop! 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 Hey! Stop! Stop! Ja, ja, okay, okay, dann komm mal her. Komm mal her und erklär, dass deinem Kindes eine ganze Familie gedötet haben bei einer Shaping-Operation, dass das Ganze keine Taf-Sache ist, sondern nur eine Frage der Interpretation. Ja, nein, 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 Papa, ich übertreibe dich, nein. Ja, genau, es war eine Hochzeit, eine Hochzeit-Fahrer, verdammt nochmal. Aber natürlich nicht, aber ich muss die Worte finden und das öffentlich zu vertreten. Und ich weiß ja nicht was... Ja. Ja. Ja, ist okay, ist okay. Du, äh, ich muss losgehen, ja? Ja. Okay. Okay. Grüß Mama noch. Ja? Okay. Ciao, Papa. Wie Ich äh, ich muss mich ans ayudar, dass... Ja. Ja. Wie Vielen Dank.